Hallo, in diesem Video geht es um die Bassstimme von Mon Amant de Saint Jean. Starten wir gleich in Takt 9 bei eurem ersten Einsatz. Langsames Tempo. 1, 2, 3. Das machen wir gleich noch einmal. 1, 2, 3. Und noch einmal. 1, 2, 3. Nächster Einsatz, Takt 16. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. Weg. Auch diesen Abschnitt ab Takt 16 bitte noch einmal. 1, 2. 1, 2. Und noch ein weiteres Mal. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. Weg. Jetzt den Auftakt zu Takt 25. Wir bleiben noch in langsamem Tempo. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Und noch ein letztes Mal diesen Abschnitt. 1, 2. 1, 2. Jetzt starten wir in 33 mit unserem Schlusston von dem letzten Abschnitt. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Gleich noch einmal diesen Abschnitt. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Jetzt machen wir bitte den letzten Abschnittabtakt 41. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Auch diesen Abschnitt bitte gleich noch einmal. 1, 2, 3. Und noch ein weiteres Mal bitte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jetzt fehlt noch die Coda. Die könnt ihr aber auch schon, da ihr die gleichen Töne singt, wie ab Takt 41. Also machen wir trotzdem noch einmal die Coda. Takt 49. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gleich noch einmal. Jetzt sehen wir, da steht einmal von Takt 9 bis 47 durch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, back. Jetzt singen wir das Stück noch einmal durch, von Takt 9 bis Takt 47, und dann schließen wir mit der Chode. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, weg. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, eins, zwei. Eins, zwei, drei. 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 So, das war es auch schon von meiner Seite für heute. Ich hoffe sehr, dass euch dieses Video gefallen hat und dass es euch bei der Erarbeitung von diesem Stück geholfen hat. Wenn das so gewesen sein sollte, dann vergesst bitte nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und lasst auch unbedingt ein Abo für diesen Kanal da, falls ihr das nicht sowieso schon längst getan habt. Ansonsten bleibt mir nur noch, euch einen wundervollen Tag zu wünschen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!